Es ist keine einfache Aufgabe, ist mir sehr wohl bewusst, aber es ist eine notwendige. Wenn ich etwas tue, dann tue ich es richtig. Und jetzt ist eigentlich nur eins angesagt, der Mannschaft zu helfen, mit allen drum und dran, um zu punkten und aus dieser prekären Situation dann so schnell wie möglich rauszukommen. Und ja, das haben wir heute gestartet, dieses Abendfeuer.